Ich bin Patrick Kauber, ich bin ausgebildeter Dachtekapolier und bin bei der Freiwilligen Feuerwehr Zugwil. Was in der Wirtschaft Geld ist, ist bei der Feuerwehr Leben. Zeit ist bei uns Leben. Je weniger Zeit wir brauchen, umso größer stehen die Chancen, dass ein zu bergendes Opfer überlebt. Bei Autobahnunfällen treffen wir das oft an, dass Sekunden, Minuten zählen. Es ist elementar wichtig, dass ich mich auf mein Werkzeug verlassen kann. Der Arbeit mit diesen neuen Lamm wird erstens mehr schnell und die Lebenszeit der Lamm wird mehr langer. Wir sind in einem modernen Welt, wo es ein Entwicklung gibt. Wir müssen sehr schnell und performant werden. In meinem Job, Ablade könnte zwei Minuten dauern. Ich habe etwas in der Zeit, das für mich sehr großartig ist. Diese kleinen Dinge sind die Probleme. Die wichtigsten, meiner Meinung nach, ist die richtige Art, die gewünschte die gewünschte Arbeit. Mein Name ist Kadir. Mein Name ist Atay. Ich mache meine Sachen. Ich mache mir das. Ich mache etwas für mich. Ich mache mir das, meine ich eine kleine Zeit für mich. Ich mache mir eine solche Aktion. Ich habe 50,000 Euro für eine Bützüge von mir. Ich mache mich mit 50,000 Euro für eine Bützüge. Aber jetzt keine Bützüge. Ich mache mich viel mehr. Ich mache mir ein paar Bützüge, 20, 20, 20 Euro, ich habe eine Bützüge, die Bützüge. Es ist wirklich eine gute Arbeit für unsere Arbeit.